Wenn es ein Buch gibt, das ihr alle lesen müsst, Alex Fischer ist jetzt der erste, der das auch mal schriftlich hat, das erste Buch, wo ich das auch mal schriftlich gefunden habe, dieses Konzept. Lest das Buch von Alex Fischer, Reicher als die Geistens, das schlägt jedes Erfolgsbuch, das es irgendwo gibt. Hi YouTube, ich bin's wieder, ich hab ein neues Video im Start. Mir gefällt ein bestimmtes Buch, und zwar, wer hat davon gehört? Reicher als die Geistens, ich weiß gar nicht, ob man's aussprechen darf, aber steht halt so auf dem Buch drauf. Reicher als die Geistens, vom Alex. Ich hab das Buch bestellt, ich zeig euch gleich ein Video, wo der Alex selber spricht. Hallo übrigens Alex, ich mach Werbung für dich. Nein, wir kennen uns nicht, wenn das jemand mag, ich mach Werbung für ihn. Wer meinen Kanal kennt, ich mache Werbung für meine Sachen, was ich toll finde. Ich mach aber auch Werbung, was ich nicht toll finde, und ich bin da immer sehr ehrlich und bring's auf den Punkt. Aber ich versuche neutral zu sein. Dieses Buch find ich klasse. Ich zock mit Aktien, und das relativ gut, behaupte ich, ja genau. Ich bin bald 40, und habe jetzt erst angefangen mit Finanzmanagement zu studieren. Wer meinen Lebenslauf kennt, ich hab mit Süßen 21 schon meine erste Firma gehabt, mit 24 meine zweite, mit 27 meine dritte. Und jetzt, ja, jetzt studier ich dann halt einfach mal, weil ich Bock habe. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich Bock habe. Ich hab das Buch per Zufall gefunden, oder wenn man es Zufall nennen mag, und hab's mir bestellt. Man zahlt dafür keine Kosten, aber Kosten fallen an. Es sind 6,95 Euro, glaube ich, oder war's 99, sagen wir 7 Euro für die, für die, für die, ja, Porto-Verpackung, etc. Das ist es wert. Leute, jeder, der hier im Internet mit tausend Angaben Geld verdienen will, drei Prozent am Tag, mit den tausenden von Revshare-Sachen, Alter, lass es. Lieber so einen langen Weg nehmen, irgendwie von vier bis fünf Jahren, wie es der Alex vorgibt, das gehe ich jetzt gerade an. Mich hat das Buch, ja, wie soll ich sagen, auf neue Ideen gebracht, mit Immobilien was anzufangen. Ich habe nur mit Aktien was gemacht, Immobilien überhaupt nichts am Hut. Jetzt interessiere ich mich dafür, und jetzt bin ich aktiv geworden, zur Bank gegangen, schlau gemacht, und, und, und. Und, das wünsche ich euch auch, das Buch fasziniert. Schaut euch jetzt das Video bitte, bitte bis zum Ende an. Ich persönlich hasse Videos, die ewig gehen, aber ich habe das Video komplett angeschaut vom Alex, was er spricht. Es ist absolut interessant, und das Buch ist brutal. Mir gefällt eine spezielle Sache, ähm, mir gefällt das ganze Buch, aber Alex, auf der Seite, ähm, 336, finde ich es geil, wie du sagst, ähm, ja, arbeite an dir selber und werde zu einem A-Mitarbeiter. Also die meisten sind ja, ähm, Arbeitnehmer, also werde zum A-Mitarbeiter. Äh, wie kannst du dich weiterbilden, wie machst du dich, ähm, bemerkbar bei deinem Chef, wie kannst du mehr Geld rausholen. Ich finde es geil, das Buch für knappe 7 Euro kommt zu dir nach Hause. Bei mir hat es jetzt knapp zwei Wochen gedauert, bis es da war, ähm, aber jetzt habe ich schon einen Monat, ähm, Monat habe ich gebraucht zum Durchlesen. Nicht, weil ich faul bin, sondern weil ich einfach tausend andere Sachen mache, und ich lese kaum Bücher, muss ich ehrlich sagen. Ich mache alles autodidakt und nach Gefühl, und, ähm, aber das Buch habe ich aufgefressen. Ähm, es ist noch im guten Zustand, aber ich habe es aufgefressen. Alex, an dieser Stelle, wir kennen uns nicht, du bist ein cooler Typ. Ähm, wenn du mich kennenlernen möchtest, dann, ähm, ja, hier unten ist eine E-Mail, schreib mir einfach. Ähm, in diesem Sinne mache ich Werbung für dein, äh, für dein Buch. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ähm, ich würde es dann sagen, auf Neubusiness-Deutsch, eine Win-Win-Situation. Aber in diesem Sinne, ähm, ich möchte mir, ähm, zugestehen, dass ich es super finde, das Buch. Und ich möchte euch, die auf meinem Kanal finden, sagen, das Buch ist klasse. Ihr könnt das Buch auch bald in den Händen haben. Ich habe euch unten eine, ähm, eine, einen Link zugefügt, direkt zu Alex Homepage. Da müsst ihr nur, ähm, eure Daten eingeben, tipp, 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 und ihr bekommt das Buch. Es sind wirklich keine anderen Kosten. Ich habe kein Abo bekommen, ich habe keine Werbung bekommen, nichts, sondern halt, äh, das Buch. Supergeil. Leute, haut's rein, öffnet euer Mind. Ähm, es gibt viel zu viele Leute, die tausend Sachen versprechen im Internet. Wie kommt man schnell zu Geld? Lasst es, das ist mein Tipp. Macht's entweder mit Aktien oder halt mit Immobilien. Und, äh, das ist mein Rat an euch. Lieber ein paar Jahre dranhängen, als irgendwo drei, vier Prozent am Tag, ähm, versuchen, in einem Monat oder zwei was rauszuholen. Und am Ende, ich kenne jetzt leider mittlerweile zu viele Leute, die ihr Geld verloren haben, die mir jeden Tag schreiben. Also, Immobilien oder Aktien. Vielleicht schreibe ich mal ein Buch über Aktien. Nicht vielleicht. Alex, du hast mich auf eine Idee gebracht. Ich fange heute damit an. Also, viel Spaß. Euer Robert. Ah, bevor ich weg bin. Abo nicht vergessen. Tipps rein. Abo. Robert. Ich poste, wie es Zeug hält. Mach fast jeden Tag ein Video, wie ich es halt schaffe. Wenn ihr eine Idee habt, wo ich ein Video machen könnte, ich mach's für euch. Ähm, ansonsten, Buch holen und neue Ideen. Immobilienmillionär werden. Klingt doch geil. Also, haut's rein. Hallo, mein Name ist Alex Fischer und heute zeige ich dir, wie du, selbst wenn du ein Einkommen von 1500 Euro oder sogar weniger hast und kein Startkapital innerhalb von 5 Jahren Immobilienmillionär sein kannst. Du hast mehr Einkommen? Wunderbar, dann geht das Ganze noch schneller und einfacher. So, du stellst jetzt vielleicht die Frage, wer ist dieser Typ, der behauptet, dir das beibringen zu können? Mein Name ist Alex Fischer und ich habe bisher in meinem Leben über 2000 Wohnungen angekauft, saniert und wieder verkauft. Besitze privat ein Immobilienvermögen von 15.000 Quadratmetern in und um Düsseldorf und habe inzwischen ein jährliches passives Einkommen in siebenstelliger Höhe. Das erzähle ich dir nicht, um anzugeben, sondern ich erzähle dir das, damit du weißt, dass ich wirklich aus Erfahrung spreche. Und ich persönlich habe mit 0 Euro Startkapital angefangen, als so ein zweier Lehrer und als totaler Milchbart. Die meisten Leute dachten, Mensch, wer ist denn dieser junge Typ, was will denn der von uns? So, und du fragst dich jetzt vielleicht, wie ich das anstellen will und wie ich dieses Wissen zu dir rüberbringen will. Und die Antwort ist ganz einfach, durch mein neues Buch, reicher als die ***, mit 0 Euro Startkapital innerhalb von 5 Jahren zum Immobilienmillionär. Und ich werde dir heute dieses Buch schenken. Ja, du hast richtig gehört, ich werde dir dieses Buch schenken. So, und auch die Behauptung mit 0 Euro Startkapital zum Immobilienmillionär kann ich nur sagen, genau so habe ich es gemacht und ich habe alles hier drin aufgeschrieben, wie ich es gemacht habe, meine wichtigsten Learnings, meine Erfahrungen und alle wichtigen Techniken, die man dazu braucht. So, du fragst dich jetzt sicher, warum der Titel dieses Buches zensiert wurde und ich kann dir garantieren, die Antwort wird dich aus den Socken hauen. Das verrate ich dir in einer Minute, vorher möchte ich allerdings noch darauf eingehen, warum 90% der Menschen niemals erfolgreich oder finanziell frei werden. So viele Leute denken, der Grund für Erfolg wäre, in welcher Familie man aufwächst, welchen IQ man hat, dass man ein ordentliches Studium gemacht hat oder welches Vitamin B man hat. Tatsächlich sind das alles ganz nette Faktoren, aber es ist nicht wirklich kriegsentscheidend. Aber was unterscheidet denn jetzt die unerfolgreichen Menschen von den erfolgreichen Menschen? Die Antwort ist ganz einfach. Erprobtes, angewandtes Wissen am besten von einem erfahrenen Mentor. Und glaub mir, ich kann dir das bestätigen, weil ich hatte anfangs solche Schwierigkeiten, weil mich keiner an die Hand genommen hat, ich keinen Mentor hatte und mir keiner erprobtes Wissen gegeben hat, sondern immer nur das Schulwissen, mit dem man nichts anfangen konnte. So, und erfolgreiche Menschen mit anwendbarem Wissen haben einfach das Know-how, wie man Kontakte schließt, wie man die richtigen Jobs bekommt, wie man an Geld herankommt, wie man richtig investiert, wie man sich Vitamin B verschafft, etc., etc. All das, und glaub mir, da spreche ich wirklich aus Erfahrung, musste ich alles durchmachen. So, und dieses anwendbare, erprobte Wissen ist das Fundament für deinen Erfolg. Und wenn du das Wissen nicht hast, fühlst du dich wie im Hamsterrad, fühlst du dich, wie wenn du an Kaugummi kleben würdest. Und es ist alles zäh und anstrengend. So, was ist aber das Problem der meisten Coaches oder Erfolgsbücher? Das Problem liegt einfach darin, dass es Erfolgsbücher gibt über wie verkaufe ich, wie unterhalte ich mich, Rhetorik, wie knüpfe ich Kontakte, wie mache ich Marketing, etc., etc., etc. Wie komme ich an Neukunden? Das Problem ist aber, diese ganzen Einzelteile helfen dir nicht, du brauchst alles gleichzeitig und zwar total verdichtet. So, und dieses Buch widmet sich dem vollständigen Fundament, bestehend aus den 43 wichtigsten Gesetzen, die ich persönlich rausdestilliert habe, ohne die es nicht geht. Diese 43 Gesetze bilden das Fundament jedes Erfolges, egal ob du selbstständig, Angestellter oder Immobilieninvestor bist. Sondern ich werde dir in diesem Buch auf sämtlichen 450 Seiten all das wichtige Wissen vermitteln, sofern du vor dem Leben nicht schon kapituliert hast, das du brauchst, um im Leben erfolgreich und vor allem auch Spaß zu haben und glücklich zu sein. Die exakten Inhalte meines Buches bekommst du in wenigen Minuten. Nun möchte ich dir aber kurz verraten, was es mit der Zensur meines Titels auf sich hat. Um es kurz zu fassen, am 11. Mai bekam ich ein Schreiben des Rechtsanwaltes eines bekannten deutschen Glamour-Paares. Dieser hat dann später gegen meinen Titel eine einstweilige Verfügung erwirkt, die ich dir hier eingeblendet habe. Und ich wurde somit durch diese richterliche Verfügung gezwungen, überall im Netz meinen Titel abzuändern. Mir wurde ein Ordnungsgeld von 250.000 Euro angedroht, wenn ich dieses Buch wie angekündigt bewerbe oder veröffentliche. Und das war bisher nur der Titel. Und glaub mir, es gibt auch andere Interessensgruppen, denen würde es gar nicht gefallen, dass ich dieses Wissen der breiten Öffentlichkeit zugänglich mache, da es jedem erlaubt, innerhalb von fünf Jahren auch ohne Startkapital Immobilienmillionär zu werden. Da ich jedoch ein Versprechen äußerst ungern breche, habe ich mich dazu entschieden, mein Wort zu halten und meinen Followern trotz all dieser widrigen Umstände dieses Buch zu schenken. Es bedeutet für mich einen extremen und auch finanziellen Mehraufwand, so kurzfristig das Buch umzuplanen, das Ganze neu zu organisieren und das Cover neu drucken zu lassen. So einfach lasse ich mich allerdings von meiner Mission, Leute aus dem Hamsterrad rauszuholen und finanziell freizumachen, nicht abbringen, glaub es mir. Und es wäre eine Schande, wenn das Wissen dieses Buches nicht schnellstmöglich an die Öffentlichkeit käme, denn es motiviert die Leute gemäß Testlesern unglaublich. Sie kommen sofort in die Umsetzung und erzielen sofort Ergebnisse. Wenn du es nicht glaubst, am Ende bekommst du noch einige Testimonials und Erfolgsberichte von Leuten, die es schon Probe lesen durften. So, da ich momentan noch nicht richtig abschätzen kann, was da auf mich zukommt, sowohl finanziell als auch vom zeitlichen Aufwand und das alles auf meinen Schultern ausgetragen wird, kann ich dir leider nicht sagen, wie lange ich dieses Angebot aufrechterhalten kann. So, also nutz die Chance, trag deine Informationen ein und bekomme dein Buch. Du wirst sehen, es wird dein Leben verändern. Du bist noch nicht ganz überzeugt? Dann verrate ich dir hier noch ein paar mehr Details. Wenn du ein normaler Mensch bist oder auch erfolgreicher als der Durchschnitt, dann weißt du ganz genau, was die Dinge sind, die dich und deine Lebensqualität limitieren. Meist ist es das Geld, oft aber auch Zeit und andere Zwänge. Das ist bei jedem Menschen individuell, aber doch immer gleich. Es nervt. Das kann mit der Zeit ziemlich frustrierend sein, da du dir damit wahrscheinlich nicht alle Wünsche und Träume erfüllen kannst, die du hast, oder? Jetzt mal im Ernst. Würde dein Tag genauso aussehen wie jetzt, wenn du tun und lassen könntest, was du willst? Würdest du im selben Haus oder derselben Wohnung wohnen, denselben Wagen fahren, dieselben Urlaube oder gerne mehr und öfters Urlaube machen? Oder einfach mal das tun, was du schon immer mal tun wolltest? Ganz im Allgemeinen gefragt. Würdest du dasselbe Leben führen und nicht die Dinge tun, die du schon immer mal tun wolltest? Wenn du jede Frage mit 100% Ja beantworten kannst, wunderbar, dann hast du es wirklich geschafft. Wenn du nicht jede Frage mit 100% Ja beantworten konntest, dann bist du hier absolut richtig. Denn ich zeige dir jetzt, wie du an diesen Punkt kommst, wo du all diese Fragen mit einem zufriedenen Grinsen im Gesicht mit Ja beantworten kannst. Wie oft hat dich dein zu kleines Konto, das kann das Zeit- oder auch das Geldkonto sein, davon abgehalten, das zu tun, was du wirklich wolltest? Konntest du einmal einem deiner Liebsten nicht das schenken, was du wolltest, weil das Geld einfach nicht da war? Oder weil du zwar Geld hattest, aber immer zu beschäftigt warst? Oder musstest du innerlich zerrissen deinen Kindern schon einmal einen Herzenswunsch abschlagen, weil es finanziell einfach nicht ging? Oder weil immer alles andere wichtiger war? Oder kennst du es, wenn du vielleicht schon so lange deinen Traumurlaub im Kopf hast, ihn aber immer wieder verschiebst, weil entweder keine Zeit oder kein Geld da ist? Oder machst du vielleicht selbst immer wieder Abstriche bei deinen persönlichen Bedürfnissen, um deiner Familie ein gutes Leben ermöglichen zu können? Wenn du bei einem dieser Punkte gerade Ja gesagt hast, dann kommen jetzt die guten Nachrichten für dich. Ich persönlich nehme dich ab heute an die Hand und zeige dir Schritt für Schritt in einer kinderleichten Anleitung, wie auch du es schaffst, mit 0 Euro Startkapital innerhalb von nur 60 Monaten Immobilienmillionär zu werden. Ja, Menschen in meinem Umfeld haben mich immer wieder gefragt, Alex, warum schreibst du denn ein Buch? Gib doch lieber dein Geld aus. Warum machst du das eigentlich? Im Grunde genommen hatte ich ein ganz persönliches und privates Motiv dafür. Ich gebe es zu, am Anfang lag es einfach daran, dass ich es leid war, von meinen Freunden, Bekannten und meiner direkten Umgebung immer die gleichen Fragen beantworten zu müssen. Alex, du hast scheinbar sehr viel Zeit, wie machst du das? Alex, du hast mit 0 Eigenkapital es irgendwie geschafft, als Sohn zweier Lehrer zum Immobilienmillionär zu werden. Wie hast du das gemacht? Alex, und obwohl du ziemlich erfolgreich bist, hast du trotzdem einen riesen loyalen Freundeskreis. Wie machst du das? Bei den meisten anderen Leuten sind die Leute neidisch. Sondern ganz ehrlich, es gibt eine Sache, die hasse ich wirklich und das ist immer wieder den gleichen Scheiß zu erzählen. Und deswegen habe ich anfangs das Buch geschrieben. So, und während dem Schreiben und als ich anfing zu schreiben, wurde das Buch immer mehr mein persönliches Herzens- und Passion-Project. Ich dachte mir, oh komm, pack das noch rein, das können die Leute brauchen. Oh, schau mal, hier, das ist noch ein cooler Tipp. Wow, das ist noch eine Aktion, die mir sehr weitergeholfen hat, etc., etc. Denn ich persönlich, und vielleicht kannst du das nachvollziehen, ich persönlich hatte immer die größte Befriedigung dann, wenn ich einem Freund oder guten Bekannten wirklich effektiv helfen konnte. Das hat mich immer am meisten gefreut und befriedigt und vor allem allerdings auch nur dann, wenn diese Person es auch wirklich zuließ. Und während ich dann weitergeschrieben habe, hat mich immer mehr der Gedanke fasziniert, Mensch Alex, du kannst mit diesem Buch wirklich Leben verändern, du kannst wirklich deine Umgebung verbessern, du kannst deinen Freundeskreis verbessern, du kannst wirklich helfen, dass das allgemeine Arschleiden einfach weniger wird. Denn eines hatte ich in meinen 20 Jahren Unternehmertum definitiv gelernt. Alex, du bist nicht allein auf dieser Welt. Denn wenn es meiner Umgebung schlecht geht, geht es mir auch schlecht. Geht es meiner Umgebung gut, geht es mir auch gut. Ich bin einfach nicht allein auf dieser Welt und glaub mir, du bist es auch nicht. So, und in der Mitte des Buches war ich dann so am Fliegen, dass ich dann eine Sache in dieses Buch reingepackt habe, das nach einem Standard geschrieben habe, den ich eigentlich erst in ein paar Jahren machen wollte. Und zwar hatte ich immer vor, meinem Sohn so eine Art Wissenshinterlassenschaft zu geben, sodass er erfolgreich, glücklich und wirklich ein tolles Leben haben kann. Ja, und letztendlich habe ich es dann so geschrieben, wenn der liebe Gott zu mir gesagt hätte, Alex, du hast 450 Seiten, auf die du alles reinschreiben kannst, was dir wichtig ist, was dein Sohn später mal wissen soll. Nach diesem Prinzip habe ich dieses Buch geschrieben und dieses Buch und dieses Wissen und glaube es mir, es liegt mir sehr am Herzen, stelle ich dir hier und heute zur Verfügung. Und all dies habe ich dann in dieses Buch reingepackt. Ich habe also Sachen wieder rausgeschmissen, ich habe neue hinzugenommen und ich wollte einfach den Standard so setzen, dass dieses Buch sowohl meine Umgebung verbessert, als auch das Vermächtnis an meinen Sohn ist. Und aus diesem Grund ist es natürlich auch meinem Sohnemann gewidmet, alle 450 Seiten. Aus diesem Grund ist es so persönlich und deswegen liegt es mir so am Herzen. Und deswegen siehst du dieses Video hier und heute, denn auch du bist mir wichtig, auch du liegst mir am Herzen, denn du bist Teil meiner direkten oder indirekten Umgebung und dein Erfolg wirkt sich langfristig auch auf mich aus und später mal auf meinen Sohnemann. Und weil du einer der Ersten bist, bekommst du heute das Angebot, dieses Buch gratis mitzunehmen. Deswegen trage hier rechts deine Informationen ein und du bekommst das Buch umgehend von mir zugesandt. Worum geht es im Buch? Das zeige ich dir jetzt ganz schnell und ganz exakt. Mein Buch ist in drei Teile untergliedert. In Teil 1 zeige ich dir, wie du mit dem richtigen Mindset und wichtigen Wissen als Unternehmer deines Lebens den ersten Schritt in deine erfolgreiche und freie Zukunft machst. Deine persönlichen Immobilienmöglichkeiten. Kapitel 1 Die acht exakten Faktoren, mit denen du deine Laune und Glücklichsein aktiv selbst in die Hand nehmen kannst. Kapitel 2 Was Geld wirklich ist und warum die meisten Menschen keines haben und wie du dies für dich ab sofort änderst. Kapitel 10 Wie du dein Purpose, also deine Bestimmung, deine Berufung oder deine Leidenschaft findest und wie dir das in nur einem Schritt deinen Alltag massiv erleichtert. Kapitel 11 Die eine Sache, die du dir abgewöhnen musst, um unglaublich charismatisch zu werden. Menschen sagen so einfacher und schneller Ja zu dir. Kapitel 18 Eine Bauanleitung für deinen persönlichen Geldmagneten. Diesen Schritt kannst du noch heute einleiten. Kapitel 20 In Teil 2 erfährst du von mir die Werkzeuge als Manager deines Lebens. Zum Beispiel Die wichtigsten Basics von Marketing und Vertrieb, damit du so überzeugend auftrittst und dir alles holen kannst, was du möchtest. Kapitel 2 Wie die Macht im wahrsten Sinne des Wortes mit dir ist. Kapitel 8 Fehlende Disziplin und woran es liegt. Und wie du diesen Nummer 1 Hinderungsgrund von über 90% aller Deutschen endlich und stressfrei in den Griff bekommst. Kapitel 17 Die Königsdisziplin. Strategische Planung für deine finanzielle Freiheit. Kapitel 20 Insgesamt geht es in Teil 1 und 2 um die essentiell wichtigen Grundlagen, die notwendig sind, um deinen Reichtum, deine Freiheit und deine echte Befriedigung darauf aufzubauen. Diese Grundlagen habe ich in 43 Gesetzen meines Erfolgs zusammengefasst, die ich in 20 Jahren mühevollster Kleinstarbeit und mit vielen Rückschlägen verknüpft herausdestilliert, also gewonnen habe. Sie bilden das Fundament, auf dem du später deine persönliche Geldmaschine baust, deren Anleitung du ebenfalls noch von mir bekommst. Ja, ich weiß. Du hast schon viele Bücher, Texte und Artikel mit den XY-Gesetzen zu Erfolg und Reichtum gelesen. Diese hier haben eine Besonderheit und zwar eine entscheidende. Sie sind nicht einfach nur aus anderen Büchern übernommen und kopiert, nur um mein eigenes Buch zu füllen. Nein, du bekommst zu 100% pures Praxiswissen von mir, das wirklich funktioniert und das ich persönlich getestet und angewandt habe. Diese Gesetze habe ich selbst unter großer Anstrengung erforscht und habe sie auch selbst zusammengetragen und persönlich getestet. Und das immer mit folgendem Leitsatz im Kopf. Wenn man es nicht sofort anwenden kann, interessiert es mich nicht. Ich begleite dich durch jedes einzelne Gesetz und erkläre dir auch, wie ich dazu kam, was es bewirkt hat und wie du es einfach und direkt in deinem Leben anwenden kannst. Ich kann dir aufgrund diverser Anwendungen, Beobachtungen und Erfahrungen sogar genau sagen, was du ignorieren darfst und ab wann es kritisch wird. Hast du alle Gesetze in Verwendung, dann lebst du ein Leben im Überfluss, ohne Limits und mit jeder Menge Spaß. Man kann es sich auch leisten, ein paar von diesen Gesetzen zu ignorieren. Missachtet man aber mehr als fünf dieser Gesetze, so steht man schon leicht auf der Bremse. Missachtet man dagegen 15 dieser 43 Gesetze, wird es schon langsam unangenehm. Man bekommt Probleme mit sozialen Kontakten, die Arbeit und das Leben ist zäh und anstrengend. Missachtet man 25 dieser Gesetze, so steckt man schon tief im Treibsand und wird immer unglücklicher und auch unzufriedener. Beachtet man dagegen nur fünf dieser Gesetze, endet man über kurz oder lang ganz unten auf der Straße. Arm verzweifelt und ohne Perspektive. Du siehst, ich kann dir anhand konkreter Zahlen genau erklären, was du beachten musst, um erfolgreich zu werden, weil ich es alles selbst erlebt habe. Beachtest du jedoch alle der 43 Gesetze, kannst du tun und lassen, was du willst und bist absolut finanziell frei, glücklich, angesehen und unabhängig. 100% garantiert. Du lebst dann deine Leidenschaft, hast den Partner deiner Träume, wohnst in dem Haus oder der Wohnung, die du dir immer gewünscht hast, fährst das Auto, worum dich deine Umgebung beneidet und du kannst jeden Tag aufs Neue entscheiden, was du an diesem Tag am liebsten tun möchtest. Und ich habe gute Nachrichten für dich. Es ist einfach, diese Gesetze einzuhalten, wenn du sie erstmal kennst. Das Herausfinden dieser 43 Gesetze war der mühsame Teil, der mit extrem viel Schmerzen und Verzweiflung meinerseits verbunden war. Aber ich bin diesen Weg gegangen und profitiere heute hundertfach davon. Und du kannst nun die Abkürzung nehmen. Deshalb trage jetzt deine Informationen rechts neben dem Video ein und du erhältst mein Buch als Geschenk für dich. In Teil 3 geht es dann richtig zur Sache, wie du deine Geldmaschine aufbaust, unter anderem mit diesen Themen. Den Geldmagneten einrichten. Kapitel 2 Dein Cashflow augenblicklich steigern, damit du mehr Geld zur Verfügung hast. Kapitel 9 Dein Eigenkapital aufbauen oder steigern, kontinuierlich aus dem Nichts. Kapitel 10 Wie man Milliardär wird. Kapitel 15 Der Aufbau deines persönlichen Power-Netzwerkes, von dem du über Jahre in allen Lebensbereichen profitierst. Kapitel 19 Deine erste Immobilie und wie du dir wie beim Billard die weiße Kugel zurechtlegst. Kapitel 21 Hier fügen sich dann die 43 Gesetze zusammen und es geht an den spannenden Aufbau deiner persönlichen Geldmaschine. Und der beste Part darin ist folgender. In dieser Anleitung erfährst du die 14 exakten Schritte, wie du von 1500 Euro netto im Monat, also mit wenig Guthaben, eventuell ein paar Schulden, eine Geldmaschine baust, die es dir ermöglicht, in nur 5 Jahren zum Immobilienmillionär zu werden. Du hast mehr Nettoeinkommen, keine Schulden und sogar ein schönes Guthaben? Wunderbar. Dann kannst du einzelne Schritte überspringen und bist somit schneller. Nach exakt dieser Anleitung gehe ich selbst auch vor und konnte mir so bis heute, Stand Frühjahr 2016, 16.919 Quadratmeter Wohn- und Gewerbefläche und zwar in Düsseldorf und direkter Umgebung, also nicht irgendwo auf dem platten Land, als reinen Privatbesitz aufbauen. Und dieser ermöglicht es mir, nie wieder für andere arbeiten zu müssen. Die meisten Menschen unterschätzen es völlig, wie einfach es sein kann, mit der richtigen Anleitung reich zu werden. Ich bin mir sicher, sobald du reicher als die *** gelesen hast, wirst du deine Möglichkeiten nicht mehr unterschätzen, sondern erkennen und zugreifen. Willst du dein Leben finanziell und in allen anderen Bereichen auch nicht nur eine Stufe höher bringen, sondern gleich so hoch, wie es irgendwie geht? Willst du finanziell frei und ohne Zwänge wie Zeit und feste Orte sein? Finanziell frei sein bedeutet, dass dein passives Einkommen, so wie hier aus Immobilieneinnahmen, alle deine privaten Kosten übersteigt. Du bist im wahrsten Sinne des Wortes finanziell frei. Ist es dir wichtig, dir nie wieder den Kopf zu zerbrechen und dir Sorgen machen zu müssen, wie viel du ausgeben darfst und was du dir alles nicht leisten kannst? Ist es dir wichtig, deine Zeit frei einteilen zu können und auch die Orte, an denen du dich befindest? Ich kenne nämlich viele Unternehmer, die sehr viel Geld verdienen, aber leider alles andere als frei sind. Bist du einer von diesen Unternehmern? Falls ja, findest du hier die Anleitung für dein persönliches, zwangfreies Leben. Und bist du jemand, der Anleitungen und einfache Schritt-für-Schritt-Pläne befolgen kann und nicht erst durch zahlreiche Versuche und Fehler zum Ziel gelangen will? Dann trage dich bitte jetzt hier rechts neben dem Video mit deinen persönlichen Angaben ein und mein Team und ich schicken dir das physische Buch, nicht irgendein billiges PDF, sofort zu. Ich bitte dich hier lediglich um etwas Hilfe bei meinen Unkosten, Logistik und Handling, Versand etc. und hierfür 6,95 Euro zu investieren. Dann ist mein Lebenswerk auf 450 Seiten und die darin enthaltenen Strategien inklusive der genauen 14 Schritte, die du gehen musst, um es zum Immobilienmillionär zu schaffen, zu dir unterwegs. Hierzu noch ein paar unabhängige Meinungen anderer. Rainer von Massenbach, Gründer und Geschäftsführer von Rekrutier und Webinaris. Vielen, vielen Dank, dass ich hier eine deiner geilen Erstausgaben bekommen durfte von dem Buch. Ich bin ehrlich, in dem Skript, das du mir vorher geschickt hast, das habe ich recht stiefmütterlich behandelt und doch ein paar Tage zu lang liegen lassen, bevor ich reingeschmökert habe in dem Buch. Ich sitze wie gefesselt dran. Es ist mega, mega geil geworden. Also mein tiefsten Respekt für den Content und auch hier ans ganze Team, das mitgewirkt hat, das ist wirklich auch optisch eine Granate geworden, dieses Buch. Also wirklich absolut fünf Sterne, hammermäßig, saugeil. Danke, dass ich dieses Wissen kriegen darf. Und ich freue mich auch, ein bisschen mitgeholfen haben zu können, dass so ein geiles Werk entstanden ist. Also wirklich hammermäßig, danke an euch alle da. Moin Alex, mein Name ist Hans. Mich hat das Buch vor allen Dingen im Bereich Mindset wahnsinnig weitergebracht. Es haben sich ganz viele Dinge verändert, seitdem ich es gelesen habe. Die wichtigste Erkenntnis für mich lautet, dass man es schaffen kann, wenn man es will. Und wer dann noch den Teil 3 konsequent liest und in dem Sinne umsetzt, der kann es wirklich schaffen und wird innerhalb von kurzer Zeit Erfolge verzeichnen und Veränderungen in seinem Leben. Danke. Hey, mein Name ist Dennis Marder und ich muss dir wirklich was ans Herz legen. Und zwar, ich habe das Buch von Alex Fischer gelesen und ich muss wirklich sagen, es ist einzigartig. Das kann ich jetzt gleich am Anfang sagen, es ist gigantisch. Das Buch beschreibt wirklich Schritt für Schritt, wie man vorgehen muss, um erfolgreich zu werden, um viel Geld zu verdienen. Dazu gibt es wirklich einige Mindsets, Arbeitsaufgaben, wie du wirklich vorgehen musst, Schritt für Schritt. Wenn du jetzt noch keine Erfahrung hast, dann kannst du das Buch lesen und es zeigt dir wirklich, wie du Schritt für Schritt zum Erfolg kommst. Es ist gigantisch. Also ich habe jetzt ungefähr schon 60 Bücher im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Finanzen gelesen und wenn ich drei Bücher aufzähle muss, dann ist Alex Fischer in diesem Top 3 dabei. Ich würde es dir wirklich ans Herz legen. Also wie gesagt, 60 Bücher und Alex Fischer Seins ist auf Platz 3, er ist in der Top 3 dabei. Hol dir das Buch auf jeden Fall. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Danke. Ich bin Davide Bellito und ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, und zwar Reich als die *** von Alex Fischer. Und ich kann dir nur sagen, es ist wirklich der Knaller. Ich habe bisher noch nie aus einem Buch so viel Positives entnehmen können wie aus diesem. Und zum Beispiel kann ich dir nur sagen, wenn du zukünftig finanziell besser klarkommen möchtest oder wenn du an dir selber noch was arbeiten möchtest und dich auch verbessern willst, dann kann ich dir dieses Buch wirklich empfehlen, denn mich hat es wirklich verändert und ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich dieses Buch lesen durfte und werde es auch weiterhin tun. Dankeschön. Ciao. Aber wieso solltest du mir überhaupt zuhören? Ich werde dir jetzt beweisen, dass ich weiß, wovon ich spreche und dass alle versprochenen Resultate zu 100% erreichbar sind. Es gibt so viele Gurus da draußen, die das, was sie anderen coachen, selbst nie erfolgreich umgesetzt haben. Diese Immobilie, die ich dir hier einblende, habe ich am 27.01.2015 ersteigert. Hier siehst du die Vorderfront, dann nochmal eine Ansicht von der Seite und das ist die Ansicht von hinten. In diesem Dokument siehst du den richterlichen Beschluss über das Zwangsversteigerungsverfahren dieses Objektes und dass es mir zugesprochen wurde. Du siehst, dass es sich dabei um ein Objekt mit einer Größe von 3535 Quadratmetern Fläche handelt und du siehst, dass ich es für 5,2 Millionen Euro ersteigert habe. Hier siehst du, dass der Verkehrswert dieses Objektes eigentlich 7,37 Millionen Euro beträgt. Und zwar gemäß richterlich veranlassten Gutachten eines vereidigten Sachverständigen. Auf dem nächsten Dokument siehst du den Darlehensvertrag, anhand dem du siehst, dass ich das ganze Objekt finanziert habe und zwar inklusive der Kaufnebenkosten. Hier auf diesem vom Steuerberater erstellten Dokument siehst du die Überblicksdaten dieses Objektes aus steuerlicher Sicht. Nachfolgend werde ich es dir allerdings nochmal einfach zusammenfassen. Wie du also siehst, habe ich die Immobilie für 5,2 Millionen Euro ersteigert und sie hat einen Verkehrswert von 7,37 Millionen Euro. Mit einer Unterschrift bzw. einer Versteigerung habe ich somit 2,1 Millionen Euro verdient, wenn ich sie direkt wieder verkauft hätte. Das war natürlich ein Paketpreis und hätte ich die entsprechenden Einzeleinheiten getrennt unterschiedlich verkauft, hätte ich für das ganze ca. 10 Millionen Euro erzielen können. Ich wollte aber die schönen monatlichen Mieteinnahmen, mit denen ich machen kann, was ich will. So, hier habe ich die Aufrechnung des Überschusses und der Renditeeinnahmen und Ausgaben. Nachfolgende Zahlen beruhen natürlich alle auf jährlicher Basis. Ganz oben haben wir die Einnahmenseite, nämlich die jährliche Nettomiete in Höhe von 581.150 Euro. Außerdem Einnahmen aus Betriebskostenvorauszahlungen in Höhe von 67.187 Euro. Auf der Ausgabenseite haben wir Zinsen in Höhe von 120.101 Euro. Grundsteuer, das ist die Steuer, die man als Hausbesitzer bezahlen muss, in Höhe von 16.546,96 Euro. Und Betriebskosten und Hausgelder, die ich selber abführen muss, in Höhe von 145.619 Euro. Hier ist dann auch die Verwaltung drin, die Instandhaltungsrücklage, die Rücklagen für zukünftige Renovierungen etc. Zieht man die Einnahmen von den Ausgaben ab, bleibt ein Überschuss von 366.070 Euro. Das Objekt in Düsseldorf versteigert, erst vor kurzem hat also eine Mietrendite von 11,17 Prozent. Wir haben dort einen Kaufpreis von 5,2 Millionen, einen Verkehrswert von 7,37 Millionen und eine Finanzierung über 5,55 Millionen Euro. Von diesem Überschuss tilge ich also 173.250 Euro im Jahr und es wird direkt in mein Vermögen übertragen. Das heißt, der Wert meines Immobilienvermögens ohne Wertzuwachs steigt um 173.250 Euro nur durch dieses eine Objekt pro Jahr, indem ich einfach das Darlehen reduziere und somit mein Vermögen größer wird. Den Rest des Geldes habe ich frei zur Verfügung für mich und meinen Lifestyle. Das heißt, ich bekomme nur aus diesem einen Objekt zusätzlich zu dem Vermögenszuwachs ein jährliches passives Einkommen von 192.820 Euro und 4 Cent. Übersetzt bedeutet das, ich bekomme ein passives Monatseinkommen von 16.068 Euro und 34 Cent, ohne dass ich nur einen Tag dafür arbeiten muss. Und das ist nur eine meiner vielen Immobilien. Das Beste daran ist, dass ich dieses Objekt zu mehr als 100% finanziert habe, sodass ich persönlich keinen Cent dafür einsetzen musste. Also kein persönlicher Eigenkapitaleinsatz von meiner Seite. Und wie man so etwas hinbekommt, all das ist natürlich Teil meines Buches. Wenn ich heute auf diese Art von Deals zurückschaue, dann kann ich es selbst kaum für möglich halten. Ich als normaler Sohn zweier Lehrer habe es geschafft, mir so ein riesiges Vermögen aufzubauen. Wie du siehst, kann nur ein Objekt dich komplett finanziell freimachen und du benötigst noch nicht einmal ein Startkapital. Aber um solche Deals machen zu können, benötigst du die unternehmerischen Grundlagen. Die 43 Gesetze des unternehmerischen Erfolgs. Diese Gesetze sind zeitlos, funktionieren immer wieder und haben ausnahmslos für alle Menschen funktioniert, mit denen ich persönlich zusammengearbeitet habe. Ich selbst verfahre exakt nach den hier beschriebenen Inhalten. Und ich habe auch Geschäftspartner, Freunden, Bekannten oder Leute, die mich einfach um Hilfe baten, nach exakt diesen Methoden zur finanziellen Unabhängigkeit verholfen. Oft sogar in ganz anderen Businesses und Branchen und sehr oft sogar bei angestellten Leuten oder ursprünglich angestellten Leuten. Und du bist auf diese Seite gekommen, weil du endlich ein Leben in finanzieller Freiheit ohne Zwänge führen willst. Trage dich jetzt hier rechts neben dem Video ein und ergreife bitte die Möglichkeit, die so viele andere Menschen nicht nutzen. Menschen, die ihr Leben lang in der Durchschnittlichkeit verbringen. Nicht, weil sie es nicht anders könnten, sondern weil sie nicht handeln. Sichere dir jetzt mein Buch als Geschenk für dich ganz persönlich. Ich selbst wünschte, ich hätte diesen klaren Wegweiser gehabt, als ich im Alter von 21 Jahren begonnen habe. Es gibt hier absolut keinen Haken, keine Verpflichtung, kein Abo, keine schrägen Deals. Eine letzte Frage habe ich für dich. Wenn du jetzt nicht handelst, was wird sich dann ändern? Werden die Dinge von selbst besser werden? Werden sie gleich bleiben oder werden sie gar schlechter werden? Meine Erfahrung zeigt, wenn man selber aktiv nichts verändert, werden die Dinge schlechter. Deswegen meine Bitte an dich. Handle. Handle jetzt und sichere dir mein Geschenk, mein Buch für dich. Allerdings ein faires Wort der Warnung noch. Ich verschenke nur die erste Auflage meines Buches. Und weil du einer der Ersten bist, bekommst du dieses Angebot, das Buch jetzt gratis mitzunehmen. Hol dir also jetzt dein geschenktes Buch, bevor es zu spät ist. Denke daran, nur die erste Auflage ist dein Geschenk. Trage dich bitte jetzt ein. Du fragst dich jetzt vielleicht, du Alex, warum verschenkst du denn ein so tolles Buch einfach? Ich würde mir diese Frage wahrscheinlich auch stellen. Das hat einen ganz persönlichen Grund. In den ersten fünf Jahren meiner Selbstständigkeit bekam ich nur auf die Fresse. Ich machte ungefähr jeden möglichen Fehler, war frustriert und hatte echt zu kämpfen. Ich arbeitete hart und viel, aber es schien nicht viel dabei herumzukommen. Irgendwann lernte ich dann im Laufe von circa fünf Jahren 29 sehr erfahrene Immobilienunternehmer kennen. Sie waren allesamt sehr erfolgreiche Millionäre und hatten im Durchschnitt 27,5 Jahre Immobilienerfahrung. Also richtige Immobilienveteranen. Sie waren so großzügig und halfen mir bei Problemen weiter und ich nutzte jede Sekunde, um sie mit Fragen zu durchlöchern. Bei hektoliterweise Kaffee quetschte ich sie aus und sog das ganze Wissen wie ein Schwamm auf. Langsam aber sicher begann sich meine Lage zu verbessern und ich war dafür unglaublich dankbar. Denn du hast keine Ahnung, wie schmerzhaft es sein kann, wenn man die zentralen Gesetze nicht kennt bzw. sie verletzt. Wenn ich einmal so erfolgreich werden sollte wie meine Mentoren, dann würde ich mein Wissen genauso freigiebig teilen, wie sie es für mich taten. Ich möchte nämlich, dass andere nicht diese tiefen Täler durchqueren müssen, wie ich es tat. Ich möchte dafür sorgen, dass Leute wie du es auf dem Weg nach oben leichter haben. Und das ist der Grund und deshalb siehst du jetzt gerade dieses Video und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Zusammen hatten nämlich diese 29 Immobiliengrößen über 800 Jahre Immobilienerfahrung und ich habe in diesen 5 Jahren das wichtigste Wissen jedes Einzelnen herausdestilliert, getestet und angewandt. Wenn du also die wichtigsten Erfolgsgesetze aus über 800 Jahren Immobilienerfahrung und Businesserfahrung haben willst, dann trage jetzt rechts neben dem Video deine Informationen ein. Bis bald und wir sehen uns auf der anderen Seite. Viel Erfolg! Vielen Dank!